ja es ist möglich wir sind jetzt so weit doch und was vorzeugen die vorliegen vorliegenden bei mir hoch den meint ich doch weil er hatte ich mir mein besprochen Landau das ist nicht nur jetzt kommt wenn ich habe auch nur 190 Los, vor Merz! Ich werd grad so bis anfang, die Punkte auszuprobieren. Hier, hast du Artillerie? Nö. Schade, ich steh ja bei dem vom Hauptort hier. Ja, auf allem, wo? Oh, aber dafür kommt er grad in die Mitte. Schicken wir den Kleiner dorthin. So, jetzt haben wir hier noch ein paar schöne Panzer für ihn. Oh, schon wieder ein Pack. Das haben sie von 1 zu 2 keineswegs geändert. Ist aber ne gute Taktik, immerhin, ne? So, und? Mal holen wir uns dieses. Und dieses. Jetzt brauchen wir noch ein paar schöne Fußball-Truppen. Drei Runde. So. Hm, naja, ist schon so schießt. So, 1 zu 2. Ja, das stimmt. Und umgekehrt. Auf der ganzen Spielweise allerdings schon. Hm. So, ich komm jetzt gleich mal hier ein bisschen zur Hilfe. Die Schweine an mein Puma auskommt. Gut, jetzt rutet's wieder ein bisschen, das tut mir leid, aber... ... das ist so, dass es hier einfach nicht geht. So, hat sich wieder gelegt. Was soll das? Ja, kann man das denn? Ja, komm! Das ist bestimmt mal ein Stück 42. Das ist bestimmt mal ein Stück 42. Das ist bestimmt mal ein Stück 42. Und hier ist ein Haufen Infanterie. Nee. Dann haben die alle zu... Oh, sind... Wow, was ist das? Hier lebt. Alter, da hat die 88 bemannt. Das war dieses zwischen den Wursten. Ach, ich will noch mal hin. Alter, zeig sie mir das. Das war das, was mir wahrscheinlich mein Puma abgeknallt hat. Ey, da knallt mir ein paar Zeppel zusammen. Seht's. Das ist ein geiles Büro. Ich hoffe, ich werde euch nicht gehen lassen. Jetzt ist die Frage... Ich wusste mal ein bisschen auf mich hat. Hälst bitte die Stellung. Ich hab meinen Punkt gerade für kompensiert. Ich hab meinen Punkt gerade für die Stellung. Oder wird gerade in andere Richtung. Ja, dort habe ich gerade nicht viel. Du kannst mal ja unterstufen. Du kannst mir eine Unterstützung geben. Mhm. Ich fraue jetzt, welchen Knotenpunkte annehmen wird. Weil hier bin ich Oma aktiv. Die Waffen überprüfen. Waffen überprüfen. Waffen überprüfen. Waffen überprüfen. Waffen überprüfen. Waffen überprüfen. Bes question.. ... in dieser Umwegung... men ... Zoll ... Ja, wo... geworden ist, sagen wir mal ganz zu damit. road das Problem ist, der웃utet um elaboranzITT so, da hatten wir halt schon einen kleinen Panzer ja, ich schicke halt den Vorzug in den Gehlo ja, das ist schon mal besser als nichts da halte ich meine Truppen erstmal halb hinterm Berg so, und jetzt auch so, und jetzt auch noch das so, dann würde ich mir noch zwei bei Panzerwagen aber jetzt greift er doch oben an, ehrlich ich krieg die Krise oh, ne, solches boah, ist gut sag mal so, ich hab eben mal Panserwagen hier oben, das ist schon mal besser als du kannst drauf ordentlich, dass ich Schrapnel-Medizin einsetzt ne, 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 danke, dass du nicht ne, 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 nicht doch, ne, 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 nicht auch mein Kanal oh, genau so wie die Scheißbilder hier oben los und damit den Mörsern, man das funktioniert das funktioniert ne, schade jetzt hat schon so das aber nicht viel das 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 irgendwas das weil ich jetzt nicht so zufrieden bin Doch, ich denke da kommt nur noch Grünes Also, da waren zwei Paks Wie haben wir den jetzt weggeschossen? Der hatte Panzerabwehr Da haben wir zwei Panzer, nein, die kürzeste Zeit noch Der E-Mauk habe ich jetzt auch mal weggeschossen Der E-Mauk, Feuer Der E-Mauk, Feuer Vor allem greift er mich hier an und schieß mir fast ein Puma weg Ich krieg's noch grad zu mit Naja Sei froh, du hast es noch mitbekommen Hm, ich hab auch noch einen Pionierdruck im Amel Gehabt Gehabt Also, hab einen und mehr Wer hat mir mein Panzer zerlegt? Und so rum, so Mann Schwerer Angriffstrumpf steht bereit Äh Mh 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 oder mach doch unten wenigstens was mit dem einheit sagen wir es mal so kannst ja schon mal versuchen die 88 zent man oder irgendetwas da war ich das jetzt hier hört zu zu haben unsere befehle hopper wir rücken ab ja 8 8 und man kannst du die Uhr will ich gleich einnehmen nä weil ich da meine arbeitskraft jetzt nicht wirklich verschwinden will er meine Ja, vollgebrochen. Na gut. Dann mache ich das üblich jetzt ganz gleich den sanften Druck auf den Fighters. Ja, den sanften Druck. Und du, ich brauche... ...kanadierer. Und oben da ist gerade der Rückzug durch unser Gebiet. Das klingt ja los. Ja, das klingt gut, vor allem. Kann hier schlecht. Der ist hin zu mir. Zuhören, Renaniere. Renaniere, sichern Zielposition. Pioniere hier. Wir treffen uns in die Position. Was der Fall ist? Hier ist ein Haufen Bunker. Ich sehe es, ich sehe es. Einer ist unten gerade an dir vorbei. Boah, nicht noch Einer. Ich habe es jetzt aber nur von einem gesehen. Schick dir was entgegen. Wir haben die Zielgruppe zu erreichen. Die Amis werden bestimmt zurückkommen. Ich will, dass diese Seite mit Panzerschreckst abgelenkt wird. Oh, der hat noch Schüppel im... Boah. Das lohnt sich jetzt eigentlich richtig. Welche Truppen habe ich denn noch? Zuhu, 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 Zuhu. So, hier und hier. Na gut, paar Vorteile brauchen wir noch. Ich habe gleich wieder ein paar Leute. Hier. Nur ich bin, ich bin jetzt nicht ins Verbrauchsmaterial ausgegangen. Ich stecke eben grad noch mal ein kleines Fallband zusammen. Hier wird keineinated. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn? Weil wir würden die Munition verschießen. Sie machen den Sieger, geladen und bereit für den Krieg hinter den Motorraum laufen. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? So, hier, hier, was muss ich jetzt zurückfallen? Sie wünschen, haben Sie nun eine gewność? Wie kann ich jetzt? Ja. sie schießt zurück Kost und gibt es nun das ein der man wirklich viel Pumas zu leben also aber dort stück zurückziehen die Medietheit führen das mache ich jetzt wenn ich eh mal eingeben dann mal falsch geht es auch in der Minute komme ich zur Versteigung und die kommen alle mit PAT bei uns Abwehrtrupps die Erfolgskanadieren dann würde ich sagen machen wir mal was dagegen wir haben hier noch einige Truppen und wenn sie die so aus Kartonschauen imponiert und in Haku du hast dort noch im Kino Tops solltest du den brauchen den schicke ich gerade rum Lager ausbauen